Es ist unser vierter Dach Super! Wir waren heute schwimmen, weil noch vier Tage nicht duschen mussten wir uns das mal gönnen und dann haben wir gleich ein bisschen exercise gemacht und gefrühstückt und wir waren auf einem super Campingplatz jetzt kurz Break und dann gehts weiter runter nach Dunedin und dann schauen wir uns die City ein bisschen an Hast du verstanden, was ich gesagt habe? Und dann könnt ihr uns dabei begleiten und dann sehen wir uns später wieder. Bis dann! Musik 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 Das da Guinness World Record, laufen wir hoch. Ich muss ja wieder runter. 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 Ich muss ja wieder runter.